Als eine Mutter eines Tages das Zimmer ihres zehnjährigen Sohnes aufräumte, fand sie ein Bondage-Magazin für Erwachsene unter seiner Matratze. Sie war beschämt, sie legte das schmutzige Magazin zurück unter die Matratze und dachte, dass sie es ihrem Mann zeigen würde, wenn er von der Arbeit nach Hause käme. Als er ein paar Stunden später nach Hause kam, führte sie ihn ins Schlafzimmer ihres Sohnes, holte die Zeitschrift heraus und zeigte sie ihm. Er schlug die Zeitschrift auf und blätterte langsam durch die Seiten, seine Augen wurden groß. Er reichte ihr die Zeitschrift ohne ein Wort zurück. Also fragte sie ihn, was zum Teufel sollen wir tun? Der Vater hielt inne, räusperte sich und sagte, ich bin kein Experte, aber ich glaube nicht, dass sie ihm den Hintern versohlen sollten. Bitte meinen Kanal abonnieren. Dankeschön.